Ja, moin moin, ihr Hafensänger da draußen. Also folgendes. Die Stimme, bitte nicht wundern, die soll so sein. Ich werde nämlich demnächst als Joe Cocker-Imitator beim Supertalent auftreten. Und auch diese Augen haben natürlich einen gewissen Hintergrund, ist ja klar. Es gab gestern Nacht eine kleine Liaison mit Carla Kolumna, der rasende Reporterin von Benjamin Blümchen. Wir hatten nämlich Geschlechtsverkehr auf ihrem Motorroller, allerdings bei 3000 kmh, dementsprechend sehe ich gerade aus. Aber alles vergessen, das ist gar nicht der Grund dieses wunderbaren Videos, was ich jetzt hochlade, völlig verschlafen. Nein, sondern folgende Achtung, ich muss mal ganz kurz mein Inspektor-Gadget-Geheim-Passwort eingeben hier, in meiner Docking-Station. Das ist der folgende Grund. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich zitiere. First Touch presents Birthday Bash auf Jan-Like aka Carlos in Klammern Schulferien. Das ist ein super Name. Ich finde, man hätte keinen besseren finden können. Wenn deren Party vorbei ist, sprich Topf schlagen, Händchen halten und den ganzen anderen Kram, dann beginnt meine. In Kombination mit den Jungs natürlich. Ab 22 Uhr heißt es nämlich im Club Hamburg, am 9. Oktober, ich darf ja jetzt nichts vergessen, da heißt es nämlich Tesafilm raus aus den Taschen, Arme an den Kopf geklebt, weil die Hände eh die ganze Zeit in der Höhe sind und komplett den Abriss feiern. Also wir werden die Reeperbahn verändern. Zieht euch warm an, beziehungsweise, nee, kommt lieber gleich nackig, es bringt eh nichts. Und lasst uns zusammen meinen Geburtstag rocken. Über zahlreiche Geschenke bin ich natürlich sehr erfreut an dem Abend, es sei denn, es sind Socken oder selbstgebastelte Kastanienfiguren. Hamburg, ich freue mich auf euch, meine Freunde, meine Familie, all meine Fans, die in der wunderbaren Perle auf mich warten. Dieser Abend wird legendär.